Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bärshow216 heute am Sonntag den 7. Dezember. Heute ist der Tag wo ich gehen tue zu Bodo Bach. Heute geht es zu Bodo Bach, ich freue mich drauf, wird lustig, aber zuerst müssen wir unsere tägliche Pflicht erfüllen und zwar den Adventskalender aufzumachen. Irgendwann demnächst kommt noch der Brom, also ich weiß nicht genau wann, vielleicht stürmt er auch noch in die Aufnahmen rein. Who knows? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Tag 7 schon, das musst du dir mal vorstellen. Und ich sehe es auf den ersten Blick, das ist Rekord. Und passend zu Brom heute die Pfeife. Ja, die Pfeife, die esse ich jetzt aber nicht. Vielleicht schenke ich es einem Brom heute, mal gucken. Und natürlich gewürzt. Technisch sind wir auch ausgestattet mit Tag 7. Ja, so Tag 7 und da kommt der Brom in die Aufnahme rein. Tag 7. Kein Thema, ich habe dich schon angekündigt. Ja, Brom komm hinter in die Ecke. Und die Katze hast du reingelassen, du. Ja, ich bin auch schon. Du musst die Katze, du bist doch ein Trottel. Ja, ich bin so raus. Das sind wir beide jetzt drin, warte mal. Mich muss hier kurz unterbrechen. Ja, jetzt geht es weiter. Der Brom ist gar nicht drauf. Ja, okay. Ja, jetzt sieht man. Warte mal. Machen wir ein bisschen so. Der Brom ist gerade gekommen. Wortwörtlich. Ich habe was für dich. Eine Pfeife. Super. Ja. Okay, ich mache Tag 7 auf. Mal gucken, was da drin ist. Chili Fäden. Chili Fäden. Guck mal. Toll. Was kannst du damit kochen, weißt du? Du musst gerade nehmen. Krieg ich das auch? Nein. Hier, ich zeige, wie immer. Chili Fäden. Tag 7 voller Chili Fäden. Da kann die Katzen nochmal durch, wenn ich es da hinstelle. So, das war die Bärshow. Was war? Du guckst doch immer, welche Nummer ist es? 257. 216, genau. Du bist jetzt wieder morgen. Am 8. Das habe ich gestern ja sauber gemacht. Jetzt wirst du schon sitzen mit dem Müll hier rum. Ja, man sieht es. Und weg ist er. Man sieht es. In der Ecke nicht. Nichts. Da lagen überall Flaschen. Und jetzt hockt er ein. Also, bis dann. Ciao.